Norddeutscher Rundfunk 2021 Wenn sie uns entzündet, deswegen, ne? Achso, rechts wird es schwarz, ne? Kommt eine Front Die Elster ziehen auch nicht mehr schon durch, gehen die Ball hier, laufen die Ball her, die Elster, weißt du das? So, jetzt gehen die zum ersten Mal über die Wiese Die Nachbarn 24, ja? Sonst waren sie nicht über die Wiese gegangen Ich bin im Auto gestern, ich bin ja auch nicht böse, die Feindsteuerung funktioniert nicht mehr so richtig Was ist das? Ringeltaube? Ringeltaube, ne? Das war eine Ringeltaube, ne? Was? Ja, wir konnten nichts dafür, die Feindsteuerung klappen Moment, ich muss gucken Unter dem Auto ist ein Zeiger, da kann man Lenker lenken, dieses Lenken, diese Kurve da einstellen Muss ich nachgucken, ob es da voran verstellt worden ist, ja? Okay? Zufrieden? Ja Was hast du vorhin heute Morgen gemeint, was macht deine Scheiße denn alleine? Was hast du gemeint nun mal? Mach deinen Scheiß, alles alleine Hab dich gar nicht gemeint, ey Handy, richtig? Hast du noch Handy gemeint, ne? Nein Was hast du noch Handy gemeint? Ne? Was hast du noch Handy gemeint? Ja, ja Mach deinen Scheiß, alles alleine Mach dich alleine alleine Geh jetzt in mein Bettchen, hast du gesagt, richtig? Was meinst du dann? Das hab ich doch gesagt, dass wir beide Behinderung zu tun haben Was soll der Scheiß von dir jetzt? Was meinst du heute Morgen? Ich geh jetzt wieder in mein Bettchen rein, was hast du damit gemeint? Was hast du heute Morgen gesagt hast? Das heißt, ich geh jetzt wieder in mein Bettchen rein Ich geh jetzt in mein Bettchen rein Ich geh jetzt in mein Bettchen rein, fertig Was scheiße denn? Nein Du hast dich heute Morgen selber gemeint Ich geh jetzt in mein Schlagzimmer wieder in mein Bettchen rein Mach deinen Scheiß alleine, fertig Das hab ich gar nichts gemacht Mit meinetwas 21 Diese sind kein Musik Ja Nein Das registerit Ich geh immer kurz hin Ich geh jetzt in mein Bettchen rein Ja, das heißt, ich geh jetzt in mein Bettchen rein Mach deine Scheiß, Ich acho gut ein estaba Nein, du hast deine Br месте gemeint mit dem Bettchen. Nein, du hast es immer mit dem Bettchen gemeint. Ich gehe jetzt in meinem Bettchen rein. Ich gehe jetzt in den Schlafzimmer in meinem Bettchen rein. Das hast du auch zum Handy gesagt, ne? Also, du willst damit sagen, zum Handy, zu deinem Handy, was heute Morgen hattest, weißt du, ich gehe jetzt in meinem Schlafzimmer in meinem Bettchen rein, fertig. Ich gehe jetzt in meinem Schlafzimmer in meinem Bettchen rein, fertig. Weil du Ruhe haben wolltest von dem Handy, richtig? Weil du von dem Handy Ruhe haben wolltest, richtig? Alles richtig? Weil du von dem Handy Ruhe haben wolltest, von deinem Handy, richtig? Weil mir dein Handy heute Morgen nicht was gestimmt hatte. Ja. Heute Morgen hattest du dein Handy auch nicht was gestimmt, gar nicht, ne? Also, heute Morgen stimmt was für dein Handy gar nicht? Deswegen hast du gesagt, ich gehe jetzt in den Schlafzimmer in meinem Bettchen rein, fertig. Da hast du Ruhe von dem Handy, richtig? Hättest du Ruhe gehabt von dem Handy, richtig? Gut. Mit dem Handy hast du nicht gemeint, ne? Gut. Ach da! Von dem Dach sitzt die da hinten. Ja, hallo, wie denn der Elster, ey? Guck mal, Küchenfenster kurz. Komm wieder, okay? Mama? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Amen. 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 Hallo, Mama. Hallo. Hallo. Nein, das mit dem Reden da. Mit dem Reden da. Ja, sowas sagt man nicht in der Aufnahme. Was du jetzt auf dem Klo gesagt hast. Ja, was denn? Was denn für ein Ohr? Was ist denn da wieder los? Herzrechte. Was? Was? Hä? Mal getestet. Hm. Was denn da heute mal? Ja. 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 Ja.